In diesem Video reden wir über die Definition, Aufgaben und Auswirkungen von Serotonin auf deine körperliche und psychische Gesundheit. Was ist Serotonin? Serotonin ist ein sogenannter Neurotransmitter und Gewebehormon. Es erfüllt vielfältige Funktionen im menschlichen Körper. Es wirkt auf dein Herzkreislauf, Verdauungs- und Nervensystem ein. Neurotransmitter sind Substanzen, die dabei helfen, chemische Signale von einem Bereich des Gehirns zu einem anderen zu senden. Serotonin wird gewöhnlich mit der Regulierung des Gemütszustands in Zusammenhang gebracht. Wie wird Serotonin hergestellt? Die Zellen, die es produzieren, verwenden das Enzym Tryptophan Hydroxylase. Tryptophan bildet in Verbindung mit diesem Enzym von Hydroxytryptophan, das auch als Serotonin bekannt ist. Es gibt Stoffe, die mit den Rezeptoren interagieren und die gleiche Wirkung haben. LSD oder Lysergsäure hat halluzinogene Wirkungen durch Wechselwirkung mit Serotonin. Was sind die Funktionen von Serotonin? Es steuert und kontrolliert viele Prozesse in deinem Körper. Dazu zählen die Kontrolle von Appetit, Schlaf- und Stimmungsregulierung, außerdem vermittelt es die sexuelle Erregung und Schmerzregulierung. Es wird angenommen, dass bei sogenannten Morgenmuffeln ein Absinken des Serotonin-Spiegels am Morgen für die schlechte Stimmung verantwortlich ist. Serotonin hat zudem einen enormen Einfluss auf dein Sättigungsgefühl. Wenn dein Serotonin-Spiegel ausreichend gefüllt ist, fühlst du dich satt und hörst automatisch auf zu essen. Bei einem niedrigen Serotonin-Level verspürst du den Drang, Kohlenhydrate und andere kalorienreiche Lebensmittel zu essen. Serotonin reguliert deine Schlafqualität, die Produktion von Melatonin und deinen Biorhythmus. Folglich führt dein Ungleichgewicht zu Schlafstörungen. Auch dein sexuelles Verlangen wird durch diesen bedeutsamen Neurotransmitter gesteuert und beeinflusst. Je niedriger das Level, desto weniger Lust hat man. Bei einem hohen Level steigt folglich die Libido. Auf welche Weise beeinflusst du deinen täglichen Serotonin-Spiegel positiv? Was macht dich glücklich? Schreib mir deine Erfolgsgeschichte gerne in die Kommentare. De алgeschowo Schneider lest du dein Wir Wir alle